Ein gutes Start-up braucht aber vor allem eins, qualifizierte Mitarbeiter. Aber Fachkräfte sind Mangelware in Deutschland. Unternehmen suchen händeringend nach ihnen. Im Ausland werben sie mit gut bezahlten Arbeitsplätzen. Und die Fachkräfte kommen. Allein aus Spanien waren es 20.000 nur in der ersten Jahreshälfte 2013. Erst vor zwei Wochen kam Hector Ortiz nach Köln. Fernando Braga lebt hier schon seit zwei Jahren. Aber wie haben sie sich eingelebt? Charlotte Mack hat nachgefragt. Zug um Zug, Schritt für Schritt, finden sich Fernando Braga und Hector Ortiz in Deutschland ein. Die beiden sind aus Spanien nach Köln gezogen. Fernando Braga ist 65 Jahre alt, internationaler Schachmeister und seit zwei Jahren hier. Hector Ortiz ist 26, Chemieingenieur aus Gran Canaria. Er ist seit zwei Wochen in Deutschland. Ich glaube, das muss ich jetzt machen oder nie. Ja, ich bin froh, hier zu kommen. Ich glaube, es ist eine richtige Entscheidung. Kennengelernt haben sich Ortiz und Braga im Spanischen Kulturzentrum Silculo Machado. Trotz vieler Gemeinsamkeiten sind ihre Strategien, in Deutschland Fuß zu fassen, unterschiedlich. Heute hat Ortiz seinen Antrag in der Agentur für Arbeit in Köln gestellt. Es ist der Grund, wie so er in Deutschland ist. Und seine Chancen dafür stehen gut, denn Ingenieure werden in Deutschland händeringend gesucht. Was den Weg zur Festanstellung beschwerlich macht, ist die Sprache. Wenn man in einem Land leben will, man muss die Sprache von diesem Land lernen. Ohne den kannst du nicht dich kommunizieren mit den Leuten. Es fehlt wohl nicht mehr viel, bis Ortiz die deutsche Sprache frei und fließend sprechen wird. Denn er nimmt täglich Unterricht. Der 65-jährige Braga baut seine Existenz in Deutschland auf ein anderes Fundament. In Madrid besaß er eine Schachschule mit 80 Lehrern. Auch in Deutschland möchte er eine solche Schule aufbauen. Er lernt Deutsch, doch im Schach sei die Sprache nicht das Wichtigste. Bragas Traum vom Neustart in Köln hat sich bisher nicht erfüllt. Der Anfang in Deutschland fiel schwer. Im spanischen Kulturkreis fand er einen ersten Anschluss. González Tejon ist Präsident des Zéculo Machado. Ziehen Spanier nach Köln ist er oft der erste Ansprechpartner. Er weiß, worauf es ankommt, um hier Fuß zu fassen. Idealerweise natürlich, je jünger man ist, desto einfacher, weil es einfacher Leute kennenzulernen. Wenn man die Sprache schon kann, sind alle Türen wieder offen. Die Integration in Deutschland ist für Ortiz und Braga eine Herausforderung. Ihre Herkunft ist ähnlich, ihr Ziel das gleiche, doch sie gehen unterschiedliche Wege. Ortiz hat seine Eröffnung erst gemacht. Das Spiel steht ihm noch offen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017